Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es an die nächste Schminkschublade. Wir sind schon an der Schublade 18. Wenn dich interessiert, was da alles so drin ist und wie mir die Produkte aus Schublade 17 gefallen haben, dann bleib dran, ich zeig's dir gleich. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Diesmal ist die Zeit mega schnell vergangen. Die Schublade 18, es geht schon wieder weiter. Dabei hatten die Schublade 17 wirklich gut gefallen. Die Turmprodukte waren super. Die Paletten, oh mein Gott, was sind da für wunderschöne Looks mit entstanden. Es wird schwierig sein, sich heute davon zu trennen. Denn in meinen letzten Schubladen, da ging es mir immer so, dass ich genau, ja fast zeitgleich zu diesem Punkt, wo der Wechselanstand gedacht habe, ja, okay, hast noch nicht alles getestet, aber jetzt reicht's auch irgendwie. Jetzt kann was Neues kommen. Diesmal ist es definitiv anders, aber ich will in meinem Rhythmus drinbleiben, sonst kommen wir ja irgendwie auch nicht weiter. Ich bin natürlich auch gespannt, was in den anderen Schubladen so alles drin ist. Falls du gar nicht weißt, wovon ich gerade überhaupt rede. In meinem Besitz sind ja drei Alex Schubladenschränke von Ikea. Die habe ich immer so bestückt, dass ich damit auf jeden Fall ein Full Face schminken kann. Es sind also in jeder Schublade mehrere Make-Ups, also Foundations, Augenbrauenprodukte, Mascaren, Lidschattenpaletten, Blush, Bronze, Highlighter und so weiter. Und zu alle drei, vier Wochen nehme ich mir die nächste Schublade vor. Wir räumen gemeinsam meine Produkte aus dem Badezimmerschrank raus, die in der Schublade davor dran waren, und die neuen eben rein. Und ich zeige dir halt, wie ich die einen gefunden habe, was die neuen beinhalten und so weiter. Aber eigentlich kennst du das Prinzip ja. Wie gesagt, wir sind schon bei 18. Es gibt auch eine komplette Playlist zu meinen Schubladen, das verlinke ich dir unten in der Infobox. Da kannst du das erste Erklärungsvideo dir nochmal anschauen. Geklaut habe ich die Idee ja bei Nina Cosmetics. Auch ihren Kanal kann ich dir ja unten nochmal verlinken. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mal. Ich schnappe mir ein Körbchen, wir gehen ins Badezimmer und räume die Produkte von Schublade 17 aus dem Badezimmer raus. Und damit heißt es mal wieder, willkommen in unserem Badezimmer. Ich zeige dir zuerst jetzt die Sachen, die sich bei mir noch im Spiegelschrank befinden, aus der Schublade 17. Da habe ich zuallererst hier mal die drei Mascaren, die alle drei wieder wirklich nicht gut waren. Also ich hatte glaube ich beim Auspacken gesagt, von der Bambi Eyes False Lash Mascara, die kommt glaube ich von L'Oreal, genau, habe ich schon mal eine aufgebraucht. Damals fand ich sie echt gut, aber entweder haben sich meine Wimpern krass verändert oder mein Geschmack. Es ist in Ordnung, aber für in Ordnung ist sie einfach viel zu kostspielig. Dann habe ich hier von Red & Wild Max Volume Mascara oder Max Volume Plus Mascara. Die ist genauso in Ordnung. Ich schätze mal, die kostet ein Viertel oder so. Also irgendwie kein Vergleich. Und zu guter Letzt gab es hier von M.A.SAM Magic Finish 5-in-1 Hybrid Mascara. Die hat mir echt gar nicht gefallen. Also da muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sein und sagen, ich habe tatsächlich mir aus einer anderen Schublade eine Mascara geholt. Wenn ich gedreht habe, wenn ich abends ausgegangen bin, wenn ich einfach einen schönen Augenaufschlag haben wollte. Weil diese drei konnten das irgendwie nicht. Diese jetzt von M.A.SAM werde ich auch tatsächlich nun aussortieren. Die anderen beiden brauche ich auch, weil sie nicht schrecklich sind. Aber sie machen eben auch nicht viel. Aber diese hier würde ich jetzt aussortieren. Dann geht es weiter mit Augenbrauen. Da hatte ich ja zwei so Kohlestifte. Einmal hier von Red & Wild. Der ist gar nicht zum Einsatz gekommen, weil ich ja eben den anderen gerne aufbrauchen wollte. Und es ist mir auch gelungen. Beim letzten Anspitzen hat sich jetzt die Mine komplett verabschiedet. Siehst du, der ist hohl von innen. Also da ist jetzt nichts mehr zu schaffen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der ist von Catrice. Hat mir super gut gefallen. Und ja, wäre ein Nachkaufprodukt. Aber ich habe natürlich noch genug Augenbrauenprodukte. Weiter geht es hier unten. Da haben wir einmal von Terra Naturi Mineral Powder Foundation. Die habe ich nicht verwendet. Was ich ausprobiert habe, ist die Foundation von Catrice. Ja, die war in Ordnung. Jetzt nicht meine liebste, aber auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Und hier bin ich immer noch unschlüssig. Ich glaube, ich hatte beim Einräumen gesagt, dass mir die an sich ganz gut gefällt. Aber der Farbton nicht so richtig passte. Ich habe hier, nee, steht hier vorne irgendwo, ne? 24 Fair Nude, den Farbton. Jetzt würde ich sagen, der Farbton ist vielleicht doch ganz gut. Auf jeden Fall jetzt in dieser kühleren Jahreszeit. Ich müsste sie eigentlich noch ein paar Mal testen. Ich bin immer noch unschlüssig. Ich mag die Textur total gerne, was so pudrig ist und auf der Haut eben dann, wo sind wir denn da, zu so einer Foundation wird. Also ich finde es an für sich ganz gut. Vielleicht doch nochmal einen anderen Farbton ausprobieren. Nicht so gut gefallen. Das war aber auch keine Überraschung von Trended Up. Clean Philosophy, das Fixing Spray. Das ist ja echt gehypt gewesen, als das rausgekommen ist. Hat mir damals schon nicht so gut gefallen. Aber ich habe es ein paar Mal wirklich sehr günstig schießen können. Weswegen ich auch schon eine Packung aufgebraucht habe. Und hier, naja, es wird wohl noch etwas länger dauern, ne? Es kommt einfach viel zu viel auf einmal raus. Also der Pumpstoß ist viel zu krass. Ich habe richtige Tropfen auf der Haut. Und dann, wenn sich das mit der Foundation vermischt, dann wird das so grisselig. Vielleicht kennst du das ja auch. Da habe ich halt oft Schwierigkeiten mit. Und das hier unterstützt das Ganze quasi nur. Ja, mit Puder Foundation geht es. Ja, und dann habe ich dieses Mal wirklich keinen Primer verwendet. Und im Moment ist mir da irgendwie nicht nach. Ich kann es nicht genau sagen. Eigentlich verwende ich sehr gerne und oft Primer. Aber das ist jetzt schon die zweite Schublade, wo der irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich hatte hier einmal von Max & More den Primer. Den finde ich ganz gut. Und auch den von Alverde, diesen Hydro Primer. Mag ich sehr gerne. Aber wie gesagt, diesmal irgendwie nicht. So, weiter geht es mit der Schublade. Da starte ich mal mit einem Produkt von Colourpop, was ich auch nicht ausprobiert habe. Einfach, weil ich es nicht nochmal in der Hand hatte. Oh, es geht so schlecht auf. Irgendwie hatte ich mir gemerkt, dass es ein Highlighter ist. Aber als ich den als Highlighter verwenden wollte, dann war es eben ein Blush. Und dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Wieso fokussierst du jetzt hier nicht? Weil der Rest da unten. Ah, so, okay. Ja, dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Und somit kam der diesmal leider nicht zum Einsatz. Sehr schade. Ziemlich häufig auf den Wangen getragen habe ich allerdings von Revai Love Me das Rouge Puder. Das ist ein sehr schöner Farbton mit so einem ganz subtilen Schimmer. Also eigentlich ist es eher ein mattes Produkt, aber das kann man vielleicht so ganz gut sehen. Es hat so einen ganz zarten Schimmer. Also es reicht nicht, um den Highlighter wegzulassen, aber um halt so einen gesunden Glow auf den Wangen zu haben. Ich habe hier die Farbe 02 Light Apricot. Also kann ich sehr empfehlen. Einmal allerdings nur ausprobiert habe ich von Alverde. Das ist so ein Multicolor Blush, Schimmer Blush. 20 Amazing Sunset heißt hier die Farbe. Genau, so schluss das Ganze aus. Ich weiß, den habe ich beim letzten Mal ausgiebig getestet. Der gefällt mir ganz gut, weshalb ich ihn diesmal einfach nur einmal drauf hatte. Um mir sicher zu sein, dass er mir immer noch gut gefällt. Auch habe ich endlich ausprobiert von Physical Formula, dieses Duo. Wir haben ja hier einmal, ja das ist ja so ein bisschen crazy, ne? Einmal hier ein Rouge, ein Blush mit starkem Schimmer. Also das gefällt mir nicht so gut. Es ist irgendwie, weiß das, siehst du das? Also eigentlich ist das mehr auch ein Highlighter. Ich habe aber hier in diesem Extra-Pöttchen auch ein Highlighter. Da kannst du jetzt sehen, den habe ich auch verwendet. Ich habe das versucht, über meinen Blush drüber zu geben. Das war etwas schwierig, aber es sieht gut aus. Wenn man es gut verteilt, sieht das gut aus. Aber es ist ein bisschen schwierig. Also es ist nicht mein liebstes Produkt von Physical Formula, eindeutig. Richtig schön war die Highlighter und Blush-Palette von Douglas Pretty Cheeks. Genau, da habe ich diese Farben hier. Das Blush war ein paar Mal auf meinen Wangen, genauso wie dieser Blush Shimmer. Ich habe diesen Highlighter ausprobiert und den hellen Highlighter. Sprich, diese zwei Farben kamen nicht zum Einsatz. Hat mir wirklich gut gefallen. Ist solide Qualität. Mein liebstes Produkt außerhalb der Lidschatten-Paletten in dieser Schublade kommt eigentlich eindeutig von B.U. Die Contouring-Palette. Ich finde die einfach wunderbar. Das einzige Problem, das siehst du auch direkt hier, ist, ich habe den Bronzer sehr häufig verwendet. Das ist der ideale Farbton jetzt gerade für mich. Er ist stark pigmentiert. Man muss ihn also wirklich zaghaft aufgeben. Und, das siehst du jetzt hier, er bröselt total. Also mit jedem Pinselstrich geht so viel Produkt ab. Also der bröselt total. Und ich kann es auch nicht dran pressen, siehst du? Irgendwie ist das ein bisschen crazy. Er ist stark pigmentiert. Das habe ich gerade schon gesagt. Also ich musste den Pinsel immer ein bisschen abklopfen, sonst hätte ich da, wo ich aufgekommen bin, halt so einen Klecks. Das lässt sich dann ein bisschen schwer verblenden. Das siehst du jetzt auch. Aber ein bisschen mit Übung klappt das total gut. Der Blush-Ton ist wunderschön. Den Highlighter habe ich verwendet. Einzig hier diesen matten, helleren Ton. Den setzt man ja so ein bisschen als Kontur ein. Für die helleren Stellen. Das ist irgendwie nicht meine Art. Deswegen habe ich das nicht benutzt. Auch ausprobiert habe ich von Kiko das Puder. Ja, das war in Ordnung. Ein bisschen zu hell noch. Vielleicht im Dezember, Januar würde es besser passen. Die Highlighter-Palette von Love. Wunderschön. Hier habe ich auch wirklich alle Farben ausprobiert. Einfach, weil ich es wissen wollte. Richtig gut. Von Maybelline Master Chrome den Highlighter. Ach, das ist ja so komisch verklebt immer. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Highlighter. Da muss man so zart reingehen. Sonst hat man da auch die puren Partikel im Gesicht. An sich ist der Farbton halt wirklich schön. Ein toller Schimmerton. Aber halt eben vorsichtig zu verwenden. Ja, ich glaube auch nur einmal ausprobiert. Ich habe jetzt immer das rote Lämpchen hier von der Kamera in dem Dings. Musst du jetzt durch. Habe ich von Debbie den Blush. Ein schöner Farbton. Gefällt mir auch gut. Und den Schimmerstick von Banana Beauty in der Farbe Deal Sparkle. Sparkle? Sparkly? Irgendwie sowas. Habe ich auch getestet. Gefällt mir auch richtig gut. Von Douglas den Bronzer Gentle Catone. Ich dachte ja, der würde am meisten auf meinem Gesicht landen, weil ich den so wunderbar finde. Aber wie gesagt, von Beyou diese Palette hat mir einfach so, so, so gut gefallen, dass die viel mehr zum Einsatz gekommen ist. Da musste dieser hier ein bisschen zurückstecken. Einige wenige Male kam von Catrice, von Catrice, von Cia T. London, der Highlighter zum Einsatz. Genau, ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ist in Ordnung. Nicht zum Einsatz gekommen ist von I Heart Revolution der Princess Blush. Das ist ja so eine Schimmer Blush. Ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie vergessen. Nein, die Packung ist sehr groß, die kann man nicht vergessen in der Schublade. Aber irgendwie habe ich einfach nicht zugegriffen. Ich mag den Farbton sehr, der ist ja sehr pinkig mit dem Schimmer drin. Aber diesmal eben halt nicht. So, dann gab es natürlich noch Lidschattenpaletten und da kommen wir jetzt zu. Da habe ich zu einem von Bella Pierre die 12 Eyeshadow To Go Nature Palette. Uh, die lässt sich nicht öffnen. Ja, doch, natürlich. Die hat mir gut gefallen. Die habe ich auch zum ersten Mal jetzt ausprobiert. Sehr schön. Tolle Möglichkeiten. Mir fehlt so ein neutraler Ton zum Verdunkeln. Das hier ist ja noch ein Schimmerton. Der war manchmal ein bisschen zu krass. Ich habe dann mit dem Rot verdunkelt. Dann hatte ich aber immer so eine Farbvorgabe quasi. Das, ähm, für meine Bedürfnisse beim Schminken hat es nicht ganz gereicht. Also, aber es war in Ordnung. Die Farben sind schön, lassen sich gut auf dem Auge verteilen. Ja, ging in Ordnung. Auch zum ersten Mal ausprobiert habe ich von Catrice die Palette. Die schaut so aus. Ja, schöne Farben. Gerade das Lila, das Grün. Und ich weiß, das hier wäre bestimmt ein Blashton. Aber er ist auch ein paar Mal auf meinem Auge gelandet. Hat mir sehr gut gefallen. Von Eustar, die Wild Nature Palette, habe ich mir oft zu anderen Paletten dazugenommen. Ich zeige dir auch gleich noch zu welchen. Ich glaube, nur ein einziges Mal habe ich mit dieser Palette ausschließlich einen Look geschminkt. Hier fehlen mir natürlich auch wieder die mattentöne. Wir haben, wir haben ganze zwei. Einmal diesen beige Ton und diesen braunen Ton. Der Rest hat wirklich Schimmer. Wobei diese marmorierten Töne hier so schimmertopper sind. Ist mir halt ein bisschen zu wenig zum Schminken. Aber ich habe sie halt oft dazugenommen. Wenn mir noch so ein Topperton fehlte oder ein Schimmerton für den Innenwinkel, dann war die super mit dabei. Zum Beispiel für diese Palette hier. Alterra Love Your Eyes. Das ist die Mountain Lake Palette. Die blaue. Ich glaube, zweimal habe ich einen blauen Look geschminkt. Und ansonsten habe ich mir halt dieses Rosé hier oft rausgenommen. Den hellen Ton, das Grau, dieses Grün. Und dann halt, wie gesagt, mit der anderen Palette noch was Helleres dazugenommen oder so einen Topper drüber gegeben. Das hat auch super funktioniert. Ach, eine neue Lieblingspalette von Revolution. Sybille. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich meine, ich fand sie ja wirklich toll. Darum habe ich sie mir aus einem Wanderpaket rausgenommen. Aber sie lässt sich einfach auf dem Auge auch so, so gut verarbeiten. Hier ist das krasse Gegenteil. Wir haben fast ausschließlich matte Töne, weshalb die Schublade wirklich gut zusammengestellt ist. Also es lässt sich alles toll kombinieren. Ich liebe diesen grünen Schimmerton. Also ich habe den so oft verwendet, so oft mit anderen Farben kombiniert, weil der nicht wirklich grün ist. Also je nachdem, wie die Untergrundfarben sind, schimmert der ein bisschen anders. Also richtig schön. Und hier habe ich wirklich alles dabei. Ich habe was zum Verdunkeln, zum Grundieren. Ich kann mir eine Farbe aussuchen. Also eine super Palette. Auch eine Palette, die mich total begeistert hat. Ebenfalls von Revolution, aber von XX Revolution. Die Matrix Palette. Habe ich auch zum ersten Mal jetzt ausprobiert. Und sie kam auch sehr, sehr, sehr häufig dran. Und du kannst schon sehen, der Farbton hier unten ist am meisten abgerockt. Der war ziemlich oft auf meinem Auge. Die Farben sind ein bisschen krass. Man muss erst schauen, wie man sie verwendet. Aber dieser Farbton hier ist auch richtig schön. Auch wenn der gut das Lid einfärbt und man wirklich auch einen wasserfesten Augen-Make-Up-Entferner benötigt, um die Farbe wieder runter zu bekommen, sind diese beiden Farben oder die drei auch eine super Kombi. Und dann dieser Schimmerton. Entweder der oder der grüne. Und zusammen würden sie auch sogar gut aussehen. Das habe ich nicht getestet. Ja, eine richtig tolle Palette. Fruit Pebbles von I Heart Revolution. Ich glaube, ich habe zwei Looks geschminkt, die nicht bunt waren. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welche Farben ich verwendet habe. Ich glaube, ich habe jeweils so zwei Farben rausgenommen. Ich weiß aber überhaupt nicht, welche. War ich bei dem Lila? Ups, da. Und bei dem Grün? Ich weiß es echt nicht mehr. Aber sie gefällt mir gut. Ist zum Glück jetzt da wirklich schwach pigmentiert, dass man mit den bunten Farben auch gut arbeiten kann. Manche würden sagen, die Qualität ist nicht gut. Ich finde, bei den bunten Farben reicht das total. Ja, das Ganze noch in der Schokoladen-Variante. Coa Pebbles. Das ist so eine richtig schöne Nude-Palette mit einem Blauton drin. Den hätte es für mich jetzt auch gar nicht gebraucht. Den alleine sieht man fast gar nicht, wenn ich den irgendwo drüber gebe. Das habe ich ausprobiert, aber die anderen Farben sind wirklich toll. Eine solide Alltagspalette. Hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, kam nicht so häufig zum Einsatz. Einzig und allein, weil mir die anderen noch besser gefallen haben. Und damit kommen wir zur letzten Palette von Revolution. Das ist die Forever Flawless Under Continental Love. Under Continental Love. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Genau. Jetzt mal ein bisschen andere Farben. Ein bisschen bärig. Love halt eben, ne? Pink, wunderschöne Farben. Kam auch nicht so häufig zum Einsatz. Also wenn ich das immer so sage, dann kannst du dir vorstellen, ich habe vielleicht drei Looks damit geschminkt. Aber wenn ich halt so favorisierte Paletten habe, dann möchte ich halt gerne mehr mit denen ausprobieren und schauen, was alles möglich ist. Dann kommen die halt öfter zum Einsatz. Aber hier habe ich wirklich auch viel ausprobiert. Also mit diesem dunklen Ton hier zum Beispiel. Diesen Pinkton. Das helle Pink hier wieder. Genau. Also einiges war damit auf jeden Fall möglich. Gefällt mir sehr gut. Das waren die Produkte aus der Schublade 17. Die räume ich jetzt wieder weg. Und dann schauen wir, was in der Schublade 18 drin ist. So, damit haben wir jetzt hier Schublade 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da ist wieder alles, ups, da sind wir, fein säuberlich eingeräumt. Tschüss, Schublade 17. Und hallo, Schublade 18. Wir haben auf jeden Fall etwas von Glamlight in der Schublade. Ja, ich räume es aus und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. So, dann schauen wir jetzt mal, was die Schublade 18 so alles zu bieten hat. Ich habe gerade gar nicht von meinen Düften gesprochen. Ich glaube, die lasse ich ab jetzt auch ein bisschen außen vor. Also hier in der Schublade wäre auch wieder ein Duft drin, der mich sehr interessiert. Good Girl, der Blush-Duft. Und der wandert natürlich auch jetzt im Badezimmerschrank. Aber ich habe einfach das Problem, dass ich auf der Arbeit eine Person habe, die gegen Duftstoffe allergisch ist. Somit kann ich mir nichts drauf sprühen, wenn ich zur Arbeit fahre. Das hat zur Folge, dass ich es dann aber auch bei mir im Alltag oft vergesse, weil es halt schon so drin ist, eben keinen Duft zu benutzen. Und meistens denke ich nur dran, wenn ich was Besonderes vorhabe und so gezielt für irgendwas das Haus verlasse. Und das ist einfach zu wenig und dass ich während einer Schublade so eine Duftprobe aufbekomme. Und dann greife ich ja auch gar nicht mehr zu meinen Flakons, die ich in meinem Duftregal habe. Deshalb, ja, das Ganze ein bisschen anders geworden ist. Darum. Das wandert jetzt in meinem Badezimmerschrank. Ich werde es ausprobieren. Wenn er mir gefällt, dann bleibt er drin. Ich sortiere jetzt aber auch Regerosa aus und brauche Düfte nicht mehr auf, die mir nicht so gut gefallen. Einfach, weil ich zu selten Duftstoffe trage. So. Nun soll es aber losgehen. Wir starten mit Primer. Okay. Ich glaube, das hier ist einer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Make-Up Obsession, ich glaube, den gab es mal in irgendeiner Überraschungsbox oder so von Revolution oder von Beauty Bay. Pure Perfection Putty. Ich glaube, das ist sowas, oder? Before Foundation steht hier. Also von daher wird es irgendein Primer sein. Es ist irgendeine cremige Flüssigkeit. Hier ist auch so ein Spatel mit dabei. Da fällt mir jetzt schon runter. Das ist so eine Creme. Also du siehst, ich habe es noch nicht verwendet. Ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Auch wenn ich zurzeit ja wirklich wenig Primer verwende, möchte ich den gerne testen. Einfach, um mitreden zu können. Und ich glaube, ist das hier auch ein Primer? Wonder Glow? Oder ist das ein Highlighter von Charlotte Tilgery? Ich habe ja nicht so sehr viele Produkte von der Dame. Hier steht immer was von Base drauf. Also es wird auch ein Primer sein. Ja. Werde ich auch sehr gerne mal testen. Soweit ich das jetzt sehen kann, habe ich tatsächlich nur eine Foundation in der Schublade. Das ist ja sehr interessant. Und der Concealer robt gerade weg. Wir starten mal mit dem. Von Alverda habe ich nämlich hier einen Perfect Cover Camouflage Concealer. Also ein sehr mattes Produkt. Ich hoffe, das funktioniert. Die Farbe 2 Beige habe ich hier. Muss ich einfach mal ausprobieren. Aber ich habe eine ganz wunderbare Foundation von Rival de Loup. Into the Jungle. Die Mousse. Oder das Magic. Magic Make-Up Mousse. Das ist der richtige Name. Voll gut. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich zum Magic Finish. Hätte ich das vorher geblickt, hätte ich mir von dieser L.A. viel, viel mehr geholt. Weil es ja nur ein Bruchteil kostet vom Magic Finish. Und es ist wirklich vergleichbar. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Auftragen. Was aber auch zur Folge hat, dass ich noch weniger Produkt benötige. Was natürlich auch ein Vorteil ist, weil es sparsamer ist. Tolles Produkt. Gefällt mir richtig gut. Freue mich, dass es in der Schublade ist. So. Jetzt würde es weiter gehen mit Puder. Da habe ich hier von Lottie London das Puder. Das ist dieses Lose Puder. Das gab es mal in der Glossy Box. Das habe ich noch nicht verwendet. Und ich habe von Trended Up Rosy Touch Finish Powder. Aus einem Wanderpaket rausgenommen. So eine tolle Rose ist da eingeprägt. Es ist so ein ganz, ganz fein gepresstes Puder. Ja. Einfach mal ausprobieren. Lass uns mal überraschen. So. Ich glaube. Das ist hier echt ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, als losen Bronzerkontur, wie auch immer, habe ich nur ein Produkt von Revolution. Shape nennt sich hier die Farbe. Es ist so ein ganz dunkles Braunton. Muss ich gewiss auch sehr vorsichtig verwenden. Das kommt aus einem Revolution Adventskalender. Und Bacon Illuminizer Bronzer heißt dieses hier. Von Essence. Glowing and Golds. Da war die L.A. Live Life Golden. Also es ist ein Bronzer, der Schimmerpartikel enthält. Goldene Schimmerpartikel. Gucken, wie stark die sind. Das geht, ne? Ja, ist leicht. Also könnte vielleicht auch noch funktionieren. Und einen hellen Bronzer habe ich hier noch von Catrice. Sun Lover Glow Bronzer. Also auch einer mit Schimmerpartikel. Es ist 010 Sun Kist. Also ein sehr heller Farbton. Ob der jetzt funktioniert? Oh. So hell ist der nicht. Ja. Muss einfach ausprobieren. Also die drei Bronzer habe ich quasi als lose Produkte. Ich habe aber einige Paletten in dieser Schublade. Da kommen wir gleich zu. Zuerst mache ich weiter mit Blush. Da habe ich auch ein paar zur Auswahl. Ich habe hier von Max & More ein Doppelprodukt für Lippen und Wangen. Auch aus einem Adventskalender. Das ist so mein Lieblingsfarbton für beides. Er schimmert nur sehr stark. Also er schimmert so total stark. Siehst du das? Aber beim Auftragen geht das schon wieder. Ja, es ist so ein Illuminating irgendwie, ne? Ja, mal schauen. Probiere ich gerne aus. Dann habe ich ein Produkt. Das hat mal Maxim in die Kamera gehalten. Und war da so von begeistert. Das habe ich direkt nachgekauft und finde es auch wirklich gut. Ich habe es nur ein paar Mal getestet. Dann ist es in die Schublade gewandert. Von Trended Up den Multistick. Und ich habe auch die Farbe, die Maxim empfohlen hatte. Das hier ist die Farbe 20. Also ein wunderschöner Farbton, den man auch sogar auch für die Augen verwenden kann. Es ist so ein Schimmerton. Für die Wangen muss man es natürlich tüchtig verblenden. Aber es hinterlässt einen rosigen Schimmer. Sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich von Catrice ein LA-Produkt aus dem letzten Jahr. Das waren diese Blush, die so creamy waren. Creamy und dann fällt es runter. Genau. Dann habe ich diesen dunkleren Farbton hier. Der gefällt mir sehr gut. Habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Von Milani habe ich hier einen Blush. Illuminoso. Ich glaube, das ist dieser typische, dieser leicht Aprikofarben. Da habe ich noch einen sauberen Finger. Da noch eine saubere Stelle. Da. Das ist also auch tüchtig schimmernd. Mal schauen, ob das so funktioniert. Von Hypo Allergenics habe ich hier einen Blush in einem richtig schönen Farbton. Der kommt auch aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. So ein bisschen pinkig. Dann habe ich noch einen Blush von Sephora. Und zwar ist das die Farbe Shame on You. Ich verstehe diese Konstellation hier immer nicht. Da oben ist so ein... Keine Ahnung. Das ist auch einer meiner Lieblingsfarbtöne. Ach, das kann man, glaube ich, wechseln. Ich glaube, irgendwie so ist das. Man kann die Verpackungen wechseln. Darum ist das so. Genau. Auch ein Pinkton. Und zu guter Letzt habe ich hier noch einen Liquid Blush. Ich glaube, das war die Marke Made by Mitchell. Ich glaube schon. Genau, da hängt ich jetzt drauf. Genau. Das ist so ein krasser Farbton. Das habe ich, glaube ich, mal von einer meiner Mitglieder in einem Wanderpaket geschenkt bekommen. Und ja, bin natürlich auch neugierig aufs Ausprobieren. Das hier ist jetzt die Farbe Summer Sipping. Okay. Ja, und das ist natürlich schon ziemlich krass. Vielleicht werde ich jetzt auch mal auf den Augen tragen, weil dafür finde ich es auch richtig gut. Aber wenn man es verstreicht und dann das dabei rauskommt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Dann gefällt mir das ja auch. Oh, viel, viel, viel auszuprobieren. So, dann habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe ein paar Tone Paletten und los geht es mit einer von Colourpop. Step Right Up nennt sich die. Ein Face Duo haben wir hier. Und zwar mit einem Bronzer und einem Shimmery Blush. Also ich hätte hier jetzt noch einen Bronzer-Farbton. Oh ja. Oh. Das sieht so unscheinbar aus. Aber. Oh, der gefällt mir. Ja, werde ich ausprobieren. Dann habe ich hier eine Tone Palette Look Pure. Mesa Cosmetic oder so ähnlich. Aus Wien stammt die Marke auf jeden Fall. Hatte ich mal in einem Paket von Nicole Nina Wien. Das ist so eine Vierer-Tone Palette und die werde ich jetzt auch endlich mal ausprobieren. Ich glaube, den Bronzer habe ich hier auch schon mal verwendet. Das ist für mich immer so ein Testobjekt. Wenn der funktioniert, dann funktioniert bestimmt auch die Palette. Und das sieht hier auch wieder richtig gut aus. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und dann habe ich die beiden Contouring Paletten von Douglas. Also hier ist bestimmt zu viel Kontur drin. Aber ja, müssen wir einfach mal schauen. Das hier ist die hellere Variante der beiden. Die haben keine unterschiedlichen Namen, leider. Die schaut so aus. Ich finde, mit der Palette lässt sich auch super einen Look für die Augen schminken. Wir haben was zum Verdunkeln, zum Grundieren. Wir haben zwei Schimmertöne. Also damit kann ich auch einen tollen Alltagslook schminken. Das werde ich auch gewiss ein paar Mal ausprobieren. Die gefällt mir sehr gut. Habe ich eben auch schon getestet. Jetzt ist hier kein Platz mehr. Und die dunklere Palette, das ist diese hier. Die schaut so aus. Hier haben wir nur matte Farben. Ich habe die beide recht günstig geschossen bei dem Facebook-Online-Shop The Beauty Beast. Da habe ich ja schon ganz viel von erzählt. Dazu gibt es auch ein Video, das kann ich dir mal verlinken. Da kann man wirklich dekorative Kosmetik zu einem Spottpreis erwerben, wenn man ein bisschen Glück hat. Und das ist bei diesen Paletten auf jeden Fall der Fall gewesen. Tolle Farben, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Lasse ich mich mal überraschen. Natürlich gibt es dann noch Highlighter. Da habe ich einmal von Rival Loves Me aus der Holy Grails Reihe mit Maxim. Diesen wunderschönen Farb, den ich auch schon viel verwendet habe. Aber der, den ich noch meinen Enkeln vererben kann, weil da so viel Produkt drin ist. Das ist wirklich eine ganz tolle Farbe. Das ist ein Highlighter, der hier drin ist. Und von Banana Beauty habe ich hier Shim Shim Shady. Einen etwas goldigeren Ton. Also ein bisschen silbrig, ein bisschen goldig. Also auch wirklich für jeden was dabei. Echt nur diese zwei Highlighter. Das ist jetzt ja auch spannend. So viele andere Sachen. Ja, scheint so. Ja, okay. Für die Augenbrauen gibt es natürlich auch etwas. Aber jetzt geht es schon ans Aussortieren. Von Trended Up Brow Liner Waterproofed. Ach nee, das ist ein Wachsstift. Oh, wunderbar. Ja, da freue ich mich drüber. Den werde ich sehr gerne verwenden. Auf der Rückseite haben wir hier so ein Spoolie. Habe ich auch schon gut verwendet. Kann man sehen. Ja, sehr, sehr schön. Aber das Produkt wird leider aussortiert. Alverde Augenbrauen Gel in Aschblond. Ich möchte einfach keine Gels mehr verwenden. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Weshalb ja, das gar nicht erst ins Bad wandert, sondern das werde ich gleich aussortieren. Fixing Spray habe ich einmal hier von Red & Wild Fight Dirty. Ich glaube, ich habe es einmal ausprobiert bei dem passenden Video. One Ren Full Face mit Red & Wild. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich erinnern, wie ich es gefunden habe. Und ein Fixing Spray, das ich sehr gerne mag. Davon habe ich auch schon zwei Flaschen auf. Das habe ich mir dann aus einem Wanderpaket rausgenommen. Setting Looks, das Setting Spray. Riecht total angenehm. Hat einen super Sprühstoß. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau, richtig. Sehr schön. Ach, hier ganz verstecktlich noch eine Foundation. Habe ich die Dinge jetzt übersehen können? Aber gut, es konnte auch nicht sein, dass ich nur eine Foundation habe. Von daher haben wir jetzt hier noch von L'Oreal Age Perfect. Dies Serum Make-up in der Farbe. Bei L'Oreal steht das oben. 160 Beige Rose. Und dann kommen wir noch zu Mascaren. Da habe ich einmal aus dem Adventskalender Essence I Love Extreme Limited Volume Mascara. Genau, das ist diese typische I Love Extreme mit diesen ganz dicken Bürstchen. Ja, früher fand ich die gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie sie heute so ist. Hier habe ich eine von Belle Hypoallergenic Upper and Lower Lash Precise Mascara. Okay, das könnte ja was sein, ne? Oh, ja, probieren wir aus. Von La Roche-Posay habe ich hier noch eine Mascara Multi Dimensions. Ups, auch ein etwas anderes Bürstchen. Okay, oh, die riecht nur sehr streng. Und von Rival de Loup Better Than Yours Mascara. Die habe ich mir, glaube ich, auch für das Video geholt. Ja, das Bürstchen ist sehr ähnlich von der Too Faced Mascara Better Than Sex. Das passt ja auch irgendwie zum Namen, Better Than Yours. Also mal schauen, ob sie da mithalten kann. Das ist nämlich eine meiner liebsten Mascaren. Von daher werden wir mal sehen. So, ich mache eben hier Platz und dann geht es zu den Lidschatten. So, Lidschatten. Da haben wir einmal hier von Max & More. Das ist ja die Eigenmarke von Action. Eine kleine Eyeshadow-Palette. Die kommt aus dem Adventskalender vom letzten oder vorletzten Jahr. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, so eine sehr nudige mit so einem schönen Därenton. Lässt sich auf jeden Fall was mit anstellen. Von CC habe ich hier eine Lidschattenpalette mit ganz besonderen Farben. CC ist ja sehr bekannt für wunderschöne Verpackungen. Und das ist hier auch definitiv der Fall. Also ich liebe es total. Aber ich finde die Farben eben auch richtig besonders. Ich habe schon einen Look damit geschminkt. Dazu gibt es, glaube ich, auch ein Video, wenn ich es finde, dann... Oder auf jeden Fall ein Short-Video, wenn ich es finde, dann verlinke ich dir das. Richtig schön. Da habe ich hier die Palette von Phase Zero. Wunderschöne Alltagsfarben, womit man aber auch so einen Special-Look schminken kann. Das finde ich so besonders an der Palette. Und einen wunderschönen Blush und einen Bronzer-Ton. Also Tan-Produkte sind in dieser Schublade wirklich genug. Von The Balm habe ich hier diese Palette, ich glaube, die habe ich mal gebraucht bei Kleinanzeigen gekauft oder so. Ich weiß es nicht genau. Das ist die Rockstar-Palette von Bon Jovi. Hier haben wir auf jeden Fall eine Reihe Lidschatten, einen Highlighter, einen Blush. Und das hier sind, glaube ich, zwei Lippenprodukte, ja genau. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Die sind auch schon sehr pudrig, also die sind, glaube ich, auch schon ausgetrocknet. Hier unten ist noch so ein bisschen, gibt so ein bisschen Erklärung, wie man die Farben am besten verwenden und mischen kann. Finde ich ganz schön. Hat irgendwie was. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin gespannt. Dann haben wir in der Schublade zweimal Catrice aus der Sister LA vom vorletzten Mal mit den Bösewichten. Ich habe hier einmal Cruella. Auf die Palette war ich ja so scharf, weil ich die so toll finde. Das ist mal was ganz anderes, ne. Total grungy, alles in Grau und Silber gehalten. Und dann dieser eine einzige Eyecatcher da drin. Richtig cool. Also die gefällt mir sehr gut. Und Maleficent hätte es jetzt nicht für mich sein müssen, aber ich glaube, die habe ich auch mega günstig irgendwo herbekommen. Ups, da. So, fokussiert. Alles in so einem, ja, blasslila, Pfeilchen, Fliedertönen, ein bisschen Rosé. Also auch in Ordnung, aber wie gesagt, die hätte es jetzt nicht für mich haben müssen. Ich habe sie aber noch nicht getestet. Das möchte ich unbedingt noch tun. Von Revolution habe ich eine von den Roxy-Paletten. Roxaurus. Roxaurus. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Türkis-Farben, ne. Die ist von innen sehr knallig. Und davon habe ich dann, glaube ich, auch genug von Knallfarben. Also die ist schon leider schlecht gemischt. Muss ich jetzt schon sagen. Ich glaube, ich habe sie einmal ausprobiert. Auf jeden Fall durchgeswatcht. Aber ich glaube, sie war auch noch nicht auf meinen Augen. Und eine weitere Revolution-Palette, Rachel Leary haben wir hier noch. Genau, mit auch wieder ein paar Turmprodukten. Also da muss ich eben noch was umgestalten, ne. Eindeutig. Weil in der nächsten Runde muss das hier anders werden. Aber auch wieder wunderschöne Lidschattenfarben da drin. Oh, eine ganz schöne Palette von NYX, die Diamond on Ice. Oh, ich mag die Farben. Es sind sehr viele Schimmerfarben. Aber wir haben hier eben auch so ein paar matte Töne. Und mit denen lässt sich ja so ein Grundgerüst bauen. Und dann habe ich hier so schöne Möglichkeiten, um so das perfekte Schimmer-Make-up hinzubekommen. Das ist ein wunderschöner Farbton. Und der helle hier. Das ist ein ganz toller Topperton. So schön. Ich freue mich drauf. So, und dann haben wir natürlich noch sehr special hier. Glam Light. Und die, wenn du sie nicht kennst, das ist ja die Ice Cream Palette. Ja. Die ist wirklich auch mega. Dazu meine ich, gibt es auch ein ganzes Video. Das verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Da habe ich, glaube ich, so in Etappen geschminkt. Also ich habe mir immer so Raster rausgenommen und mit denen dann so Looks geschminkt. Das hat gut funktioniert. Die Farben haben mir toll gefallen. Und ja, sie hat auch wirklich viele Möglichkeiten. Auf den ersten Blick sehr knallig, sehr bunter. Wenn man genauer hinschaut, kann man eben auch so mit einzelnen Farben nur so Highlights setzen und das Ganze doch auch sehr nudig gestalten. Ich glaube, in dem Video gibt es auch einen reinen Nude-Look. Auch das ist sogar möglich. Ja, und dann die Palette, auf die ich mich am meisten freue. Von Be Perfect. Die Dream Big Money Fest Palette. Auf die habe ich so lange gewartet. Da bin ich so lange hinterher gelaufen. Die habe ich schon ein paar Mal in den Videos von Ninas Cosmetics gesehen. Sie schwärmt da in höchsten Tönen von. Und irgendwann konnte ich sie dann mal Kleinanzeigen ergattern. Weil in Neu ist die wirklich sehr teuer. Und auch da ist sie nicht oft zu bekommen. Also irgendwie ist sie immer vergriffen. Also ich glaube, keine andere Palette, die ich kenne, die ich besitze, die ich jemals gesehen habe, hat so viele Möglichkeiten. Es gibt ja wirklich viele Paletten, die so viele Farben beinhalten. Das ist doch gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber die enthält wirklich einfach so viele Möglichkeiten, weil es so toll gemischt ist. Wir haben tolle Toppertöne. Wir haben super matte Farben. Wir haben sogar ein paar knallige Farben drin. Aber auch sehr nudig, dezente, starke Glitzertöne. Einfach nur metallische Farben. Also hier ist wirklich einfach alles drin. Und ich liebe sie total. Wollen wir da auch mal was ausprobieren eben? Habe ich noch irgendwo Platz? Also, das ist so ein typischer Topperton. Und das geht ja irgendwie immer. Dieses hier ist ganz creamy. Können wir mal hier in so ein Lila. Ist ja immer schwierig, ne? Außer hier. Toll, oder? Das ist ein Goldton. Ich traue mich immer gar nicht so fest da rein zu gehen. Gold, so ein bisschen grün irgendwie, ne? Und können wir mal hier reingehen. Grün, Schimmer. Also die ist einfach toll. Ich liebe sie. Ja, ich glaube, es sind wirklich viele Möglichkeiten. Und ich würde sagen, ich räume jetzt alles ins Bad ein. Und dann zeige ich dir, wo die Produkte von jetzt an zu finden sind. So, wir sind wieder im Badezimmer. Hier sind einmal die Mascaren zu finden. Augenbrauen und Concealer. Den Duft habe ich da hingestellt. Foundation, Fixing Spray, Primer. Hier unten geht es weiter. Hier ist es jetzt ein bisschen wusig. Den Highlighter, die beiden Puder, Turmprodukte, Bronzer, Highlighter-Stift. Dann habe ich hier ein paar Turmpaletten stehen. Die Bronzer und die ganzen Blush. Und hier stehen alle Paletten zusammen. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach diesem Verwenden der Schublade ein paar Turmpaletten aussortiere und in andere Schubladen packe. Das ist hier einfach zu viel. Aber ich würde das Ganze hier auf jeden Fall erstmal nutzen, um mich einmal durchzutesten. Vielleicht sortiere ich ja auch welche ganz aus. Könnte ja auch sein. Ja, ich freue mich auf diese Schublade Nummer 18. Bin sehr gespannt, wie mein Fazit nachher aussieht. Und ich hoffe, das Video hat Dir gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasse mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.